Herzlich Willkommen zurück zu Elmring. Wir müssen uns jetzt mit einem Double Watchdog beginnen. In den niederen Erdbaumkatakonden. Und wir haben jetzt gerade noch Oleg bekommen. Sehr schön, wir sind schon auf uns. Kommt noch ein Rack schnappend hier. Kommt noch ein Rack schnappend hier. Die! Kill ihn! Wir sind hier noch nicht fertig. Wir können ihn wieder zum Eingang teleportieren. Wir sind hier. 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 Kill ihn. Dann killen sie runter. Nehmen wir nur damage. Oh Gott, das ist weg, da bin ich. Blattlust ist hier dann auf jeden Fall effektiv. Ja, triffst du auch nicht, gell. Aber wie kommt man da hoch? Da muss es irgendwie einen Weg geben, den wir nicht gesehen haben. Okay. Keiner. Wow. Okay. 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 Und hier geht's nur zum Boss Guck mal da hoch, hier ist ja sonst nix Hier geht's nirgends hin Das ist ja strange Und hier ist sonst auch nix versteckt, das ist ja das komische Das geht ja auch hier nirgends hin Soll so sein Da kann man nix machen So, was machen wir als nächstes? Wir können ja mal schauen Ob wir Commander O'Neill vielleicht schon erledigen können Mal jetzt, wo wir O'Req haben Wir können jetzt nicht mehr Wir können ja noch mal Wir können jetzt mal gleich Wir können jetzt mal rein Jetzt hat er es schon auf uns abgesehen. Wir haben wohl zu viel Damage gemacht. Jetzt kommen wir zurück jetzt. Zweite Stufe kommt jetzt. Das ist doch wieder neu, oder? Ja! Nein! Erledigt! Okay, schön! Damit haben wir gleich wieder ein Level ab. Jetzt geht mal wieder eins in Intelligence. Und... Wir müssen jetzt wieder zu... Wer ist der Garni? Um die Nadel zu bringen. Und er kann sie dann reparieren. Und jetzt repelieren. Und das ist der Garni. Wer hat der Dinger Hart? Bro, das ist doch immer genau so da wie immer. Galerie. Oh! Du hast den Analoid Gold Needle. Und als promised, ich habe das Geheimnis gezeigt. Das Geheimnis von Cilia. Right hier. Go on. Es ist dein. Stilias. Silias. Ja. Nehmen wir mal die Nadel. Hmmm. Well, well, this is... The work of a true artisan. A meticulous, bold, craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time for this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Gut, jetzt ist es warten. Ich weiß noch nicht für wie lange. Dann werden wir später nochmal kommen. Das machen wir, weil... Genau, hier gibt es noch einen, also noch einen Bird Tree Avatar. Das ist auch nicht viel weniger als das da vorne, gell? Das macht okay, Kay lebt. Das ist sicher dann schwächer, aber... Oh! Mystery glitch! Oh, wow! Let's talk about range! Da! Und wieder ein paar Kristalltrainern. Er ist erledigt. Schiff! Der ist nicht gerade über hier. Gut, da gibt es noch einen zu holen, da sind Katakomben, da ist ein Everchain. Da gibt es ein paar Dinge zu holen, hier kriegen wir glaube ich Christoph, hier ist auf jeden ein paar Dinge zu tun, da gibt es noch etwas zu tun, da gibt es noch etwas zu tun, wir können auch den Weg mit Caleus frei machen. Die Deckung gehen von den Snipern, hier gibt es überall Rad. Das ist die Fiecher, das war aber noch nicht der Erde, da gibt es noch mehr von den Fiechern. Das ist die Fiecher, das ist die Fiecher. Okay. Noch keine Rappen mehr, scheinbar. Das ist die Fiecher, das ist die Fiecher. Okay, alles gut, alles gut. Ich frage mich wie viele Steinschwertschlüssel wir überhaupt noch haben, weil die brauchen wir jetzt dafür. Talisman, gut, bauen wir unbedingt. Okay, dann kostet doch gleich 2 hier. 11 haben wir noch, na gut, okay, damit kommen wir erstmal raus. Und wir sind verschlümmelt. Wir kommen den Keylet again. Ja, aber aus der Thune könnte man einen super Talisman bekommen, der nur leider nicht so einfach zu bekommen ist. Ah ja, da haben wir eigentlich schon ein guter Rank schon diese ganzen Talisman geblieben. Mal schauen. Hey Bro. Ich versuchze ihn. Ich fühle die Todes zu mir. Ich versuchze ihn. Die Todes zu mir. Die Todes zu mir. Die Todes zu mir. Gut, noch dreht er nicht durch. Da war es ein Gitarre. Gut, Freunde, das war es wieder für diesen Part. Ich bedanke mich für das Zuschauen und sage ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!